Wir haben den 21. September 2022. Und jetzt sehen wir hier ganz schön, wie die Sonne spiegelt. Und das ist das Montana, muss das sein, ja. Das heisst, in diesem Winkel geht jetzt die Sonne nach hinten runter. Kann das sein? Nein, dann müssen wir weiter rennen. Es sieht aus, wie wenn die Sonne nach hinten runtergebracht wird. Das bin ich, ne? Jetzt ist 19.09.21.2022.